so herzlich willkommen zu let's play the forest mit dabei ist natürlich wieder der flying scotsman hallo hier hat sich aber germania 1998 hier stimmt das sind nur ein paar kleine mobilen das ist ganz normal das ich habe ja vorher gesagt man soll die ansteigen ich bin gerade abgestürzt ich bin weil ich habe das nicht weil ich bin direkt auf einmal leeren flugzeuge stettings ich weiß doch gar nicht neben die domenik läuft gerade bei mir durch die sitze und neben dir ist dieser typ der meinen jungen mit ihm dann bist du bei mir flugzeug ja ich will ja noch ich habe noch diesen anfangs video da jetzt auf jeden fall aber du bist kein axt mehr da liegen oder hast du da ne axt liegen hallo dank für die axt ach hallo dominik ja er wie ich das noch eier her oh ja es ist ein paar körperchen oder liegt senf wo liegt sie hier doch nicht hier ganz viel senf ja dann nimmt sie mit die bomben haben sie jetzt auch noch mal senf das sind keine bomben das sind technikplatten oder so ne ja die aus dem man dann bomben kraften kann jetzt echt ja ohne scheiß jetzt ja natürlich hat es ganz auch solche model top cocktails machen aus diesen platten nein das muss aus alkohol machen und ich weiß nicht genau was aus tüchern oder so also ups ho ho ja dann machen wir es so wie letztes mal dann gehen wir an den strand er an den strand nein der ist gar nicht so eine gute stelle wir wollen wir irgendwo in den wald oder wie ey hier guck guck fang wiii äh im wald ist natürlich auch immer nicht so schön ja stimmt weil dann die uhr ein wohnung an die wahl kommen mal gucken wo wir sind ich bin eigentlich so ein richtiger experte diese frau ist experte ja also das spiel schon begleitet ist es nicht mehr auf dem markt erschienen ja dominik hat also der japan der 1990 er hat schon gespielt bevor er ist die erfinder überhaupt die idee dazu hatten ja so was ist das sind ja wie ich würde sagen wir brauchen direkt unten warum er nicht am flugzeug bis behindert ja warum ja stimmt dann ist ja ja auch der sporn ne boah der aber mit ja warte hier ist doch eine schildkröte ja ich hab gar eine schildkröte gekippt ey geh mal von dem koffer da runter da hat es mal stick ist mit dem die wir brauchen bevor er wirst du also mein namen sehen naja wer näher pickies hast du welche diese genug nennen die noch mit hallo macht das doch kaputt jungen so stickies 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 so bist du achter ja hier sind ja noch ein paar ich nehme erst mal alles mit was ich kann dann stickies noch nicht mehr mit dem stickies noch mehr stickies ich glaube dazu ich jetzt auch voll willkommen ja warte 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 ich will mal einmal hier ganz kurz gucken hier bei diesem felsen was doch immer dominikan zu kurz einmal mitkommen ja hier ja sehr gut ich würde ja ich finde das oh hallo ja was denn zu ich fände sehr geil wenn wir das hier bauen ja heute auch was wir irgendwo die ecke hier bauen hier drauf weißt du hier wo ich jetzt mehr auf diesen weiße weil sie von einer seite geschützt ja aber hier dann so eine clip ist das sieht so geil aus ja gut ja das sieht mega geil aus was ist das da unten natürlich wir haben weit weg bis zum holz ne ach das geht doch noch aber hier ist schön ja ja hier ist echt geil aber das macht man sich schon welche da vorne guck mal recht neben dem flugzeug sie zu sehen recht gebildet da war hier gerade jemand äh ja komm dann schaffen wir wohl außerdem sind wir direkt neben spawn ja das ist natürlich ja dann erfüllt einer äh gut warte ich mach mal dann hier ein 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 stura sonnen 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 ding halt ja fleisch wir haben kann nicht gehen ach so ein schlitten das soll jetzt mal ein feuer oi der kommt ich würde den leben ja 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 mach du halt mal ich muss noch ein paar stickies ey indianer ja hast du ihn das ist schnell haut der ab oder was wusste wieso also gar nicht erwischen soll aber wir kommen die ureinwohner nicht irgendwann zum flugzeug dominik da habe ich ihn sehr gut also ihr seht sehr wahrscheinlich das läuft doch überhaupt nicht wirklich flüssig hier bei mir am rechner krieg auf beiden neuen also wow wow oh ich nehme mal den stein hier mit den kann ich dann gleich dominik an den kopf werfen ich habe ihn durch das heißt rüstung ich nehme noch ein paar koffer mit ne ich habe jetzt ein paar nickel und einen durch ich habe noch einen stein das ist trotzdem also noch ein bisschen weg können aber ich brauche jetzt meine schlitten zu Ende her ich habe jetzt zu Ende gebaut oh ey Mika hier sind schon wieder ganz viele zwei stück ganz viele ja für mich bin unterwegs ähm kommt zack so ich komme und nochmal rüstung oh mein gott hier sind noch zwei ob sie die ich meine das so hier würde ich renne einfach mal den vorbei da bist du schon ein bisschen rüstung warte dann hole ich gleich am besten schon dicke baumstämme damit wir hier so ein wald davon hin backen können ne backen vor allem ja ähm ich mach mal so eine standard feuer ich mach das mal hier hin wo ich jetzt stehe hier auf dieser steinfläche weißt du hier ja genau hier und hier wo der stein ist da machen wir am besten so ein haus oder so eine art drum bei den gesetzen vielleicht weil ich da stehe und ist das denn jetzt sehe was jo äh 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 da war es doch grad nein da das wollte ich nun jetzt so 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 ich starte erstmal kein großes haus ne nein hast du ein sticky sticky ja warum also so warte äh du hast ja noch rüstung besorgt warte mal ich mache jetzt erstmal zwei zelte ne 1 2 oder nicht ja weiß ja stimmt 1 3 essen habe ich aber ich weiß ja nicht mehr zu damit du musst doch noch ein bisschen was dran klatschen ne ich hab nichts mehr ja gut ich hole jetzt auf jeden Fall blätter habe ich noch blätter habe ich noch in dem blätter brauche ich nicht so siehst du jetzt mich hier mit mit dem ding fahren mit dem schlitten du fährst nicht mit mir ne egal da haben wir das gleiche problem nochmal egal dann fasst den schlitten am besten erst gleich an gut gut dann passiert das vielleicht nicht schon das dein schlitten je ich hab ein schlitten wuuh ich bin am besten boah ich bin so geil oh yeah was bei mir bei mir ist das unsichtbare bootmobil ja gut ich sehe gar nichts so du kümmerst dich um Stickys oder was wollen wir machen ja Stickys hole ich sofort ich hole jetzt erstmal einen Baum hallo Dominik oh Stickys kann ich auch noch Stickys hinten nach oben beim Flugzeug hier ähm nein so hab ich alles Stickys überbrauch Baum fällt aus ja das sind ja die zähl ich speichere ich wenn das überhaupt was bringt jetzt haben wir schon zwei Bauchstäme hier in den schnitten ja ich weiß weil da steht die bei die eigentlich unten ist es steht direkt an der base auch noch ok du hast hier noch zwei Stickys liegen lassen ne hm 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 ach ja j ja dann co noch machen wie trifft denn nur die hälfte der schläge den baum und ich brauche ausdauer weil ich habe doch sicher noch ja sicher auch sicher die lauers energy will ich jetzt hier nicht leckerne cola aber es ist zu füllen wahrscheinlich berüstung ich habe schon ein paar baumstämme ja warte ich weiß das schon was wir ich bin ja drüber gefahren ich habe ihn genommen ich habe ich wohl durch rüstung okay okay ja voll durchrüstung bei der ersten durch hier noch durch fleisch bei mir kommen wir hier und ich habe auch zum beispiel ich habe durch fleisch kann ja ich auch aber ich habe zu viel ja hatte ich mal ganz kurz wo wollen wir jetzt die mauer bauen und die mauer bild zu bauen ja wie ich sagen ich hier anfangen hier bei der klippe so was aber das ist das ist mal hier so von vorne ja du meinst da hier so oder was ich mache ich mache das mal selber ja okay ich fang vom stein an ja gut von dem stein zu dem stein hier dominik ich habe jetzt in den bürigen kohlen durchrüstung fast nicht so ganz du machst das schon was perfekt was ich was du hast gut wenn du was hast brücke wie das über schlaut weiß ich gerade nicht ich mache da einfach mal irgendwann eine pause und dann gucken wir mal wie lange das schon ist was zum bilden nämlich nicht die fünf zwei stickmarker 100 blätter ich glaube da bleibe ich lieber hier warte was ist denn das schönes ein feier pit aber auch so schönes fenster reingemacht ja ja nee erst mal den wall und dann kann ich immer noch ein kleines haus jetzt wurde ich ja das war das sollte ich jetzt egal machen wir uns nachher auch wo ist das feuer hin dominik ja können wir waren ja auch warte war das nicht muss man eben da ist jemand der war gerade angeboten direkt vor sehr gelaufen soweit weg ach alles gut so dann baue ich mal eben so wie riesig ist das denn näher so groß wollte ich das jetzt ja auch nicht haben sondern mehr soll man so ein großes feuer machen oder so ein pit feuer einfach stein meinst du ja warte ich mache mal hier so ein pit feuer versuche ich mal aber habe ich jetzt schon wieder ein stein wenn ich jetzt drücke dann nehme ich die baumschirme daraus da wo gerade die baumschirme gefällt das sind jetzt eingeboden hier ist noch ein durch wie kann das jetzt bauen weiß sind was was willst du bauen dieses durch die rüstung einfach mit wir oder drücken wir die rüstung habe ich jetzt die rüstung komische nicht so ein kurs kookserraten hat anders und wo ich bin ja genau da genau und da unten an einer stabiler anzeigen an der lebensanzeige ne ja ja das ist die rüstung nee ich glaube ich lass den erst mal lieber hier stehen und ich gehe ein bisschen ganz kurz ich hab da unten wei mami ich hab auch holz da unten ja ich weiß das wollte ich gerade holen drei stück 60 mal noch peinste an der durchsteht da sind beim rennenrad beim rennen steht in der hunde ja mit dem rennenrad bei mir hast du nämlich kein ja aber haben wir noch doppelte holz oder wenn ich jetzt holz werde das in meinen schilden das ist das in meinem auch drin und sobald ich egal wo ich bin e drück habe ich das in der hand ja ich hab jetzt mit kacken ich müssen die unbedingt noch mal fixen aber naja heute haben wir keine party musik wo war denn in welcher richtung liegt das schiff und kalt ist bei ihm suchen da brauchst du nicht hin das ist aber uhr weit weg ok ziemlich weit weg ich verspreche aus meiner folgsten erfahrung folgsten erfahrung ja ähm dominik hast du schon eine tür gebaut ja da vorne ist ja na gut ich brauche noch fünf steine ja langsam warum haben wir hier so ein komisches totem ding in unser hast du da hast du da steht noch nicht oben ja habe ich ja das heißt du bist jetzt hier baumstellen haben guck mal ich kann ihn gerade nicht sehen ich habe noch eine taschenlampe irgendwie bekommen das ist eine taschenlampe ja eine taschenschlampe ist das jetzt dunkel hier gar nichts mehr muss man da stehen ja warte ich baue jetzt gerade aus meinem holz wunderschön finde ich auch danke jetzt noch mal in den Wald ja komm wir spielen slenderman wir brauchen ja noch stickies da ist ein lizard komm her du schlampe sie sind jetzt hin naja steine habe ich jetzt wie viele also wie wieder die sind sehr gut war man muss hier einst du bist auch im wald ja ich bin auch im wald hat sich mitbringen sie schi wurde ich habe ich meine steine 20 ist brauchst du mir nicht ja dann werden wir noch hinkriegen hallo luig freund ist gerade in baum reingegangen und weg los schlag doch drauf er geht doch sehr schön jetzt habe ich auch gleich voll durch rüstung ja komm nimm die taschenlampe wieder raus was jetzt weißt du gehst hallo nee komm ja warte mal jetzt schon dann bevor sie nicht kann ich brauche schnappel mit bestens ja mal dass ich nicht die batterie aufgebraucht ja ich hab da hier noch eine batterie doch ich kann die aber nicht mit was anderem verbinden wenn ich schlage dann sehe ich die lampe ganz kurz na gut was jetzt alles dick ist nee ich kann nichts sehen ich suche ich so ja ich jetzt habe ich habe zwei stick ist ganz nach oben geht zur basis ja gut klauen mein job oder bote vorher jetzt mal fertig dass du hatten feuer im feuer gemacht weiß ich habe da eben keins gesehen als als ich das gebaut habe vorher im feuer ja das können wir nicht mal anzünden ja kann man das andere irgendwie weg machen jetzt so gerne ja hätte ich echt gerne doch die inkompetenz in person nicht ne ich hab jetzt natürlich nicht wir kommen ja kein feuer mehr ist damit zu mit einem feuer zwei feuer kaputt gemacht was das hier eigentlich dominik ja was ist das hier finden totem ding ach so das ist ein effizient das wird so aus den körperteilen von den uhr entwohnern gemacht und das soll die verschrecken ja das klappt ja im moment ja nicht fertig zu was auch noch nicht weil ich zwei köpfe drei arme und zwei beine aber das direkt von der mauer steht wenn ich so clever gemacht ja jetzt beide was kaputt gemacht da muss man durch auf die pfanne auf dem alten fall geht das noch was dieser disco party party ist hier ich komme sofort vordern wir sollen durch ich warte doch ok ich habe das feuer anbekommen dass du kommt ich glaube ich habe das war gut das war gut ich habe jetzt irgendwie zweimal durch gehabt von einem voll zum anderen feuer oder so hacker hacker wo ist denn jetzt das gutes party party ja warte ich komme genau ich nehme das in die hand und wer ist weg hier war doch eben noch party ich war es in der nachtschicht ich habe es gesehen mit meinen eigenen augen moment und wo du hörst du das wo die man das ganz nah bei mir ist behindert mein typ der leuchtet die ganze zeit mit der taschenlampe nach oben ich habe schon wieder drei holz ich lese kommt zurück zur welt die waren bei mir die sind bei mir bei dir wenn du nicht zu hause kommt was okay ich komme ich komme ich komme ich komme direkt zu uns gefällt haben ihr habt doch gesagt hat party und die rechte es an da hinten ist eben was großes grau und braun ist braun ist oder ja oder bei stück sich einer mit ganzem ton 3 einer mit licht und ton schädel einer mit einer feuer fackel den typ der nichts hat ich habe das fenster zu ende gebaut ja warte bleibt du mal hier und wir müssen noch die nacht überleben kommen wir zu uns ja so wie ich mich kenne krieg das nicht hin okay kommen wir machen das nein denken die gehen weiter die gehen zum flugzeug da oben sind auch ihre kollegen 30 manieren ja dann gibt es halt noch mehr party und sterben wir aber die waren doch eben noch zu drehen passiert was wenn man die anleuchtet die ist noch mal wieder stehen geblieben scheiße der kett um oh man Ja, schönen Blocken. Gehen Sie am Weg jetzt zurück. Eindeutig, weil Sie sich behindert. Tja, tschüss. Besucht uns auch bald bitte nicht wieder. Okay, über dem Sevilla stehen und gehen wieder um. Nee, oder? Jo! Äh! Hilfe, Mami! Mami! Da war grad schon einer, ne? Da war einer. Ach, du hast ihn schon. Da kommt da noch einer! Da kommt welche noch! Blocken! Blocken! Oh, das war nicht von eben. Blocken! Jetzt gibt's hier Party. Ja, ich weiß wohl wie. Aber ich kann dabei ja nicht schlagen. Was soll ich machen? Wee, Mami! Bleibt vor mir stehen. Ah, ich kann nicht mehr blocken! Ich sterbe trotzdem! Ich sterbe! Jo, meine Rüstung ist kaputt! Mein ist doch voll! Ja, meine ist jetzt komplett kaputt wegen diesem Typ mit der Fackel! Geht rein weg! Kann ich mir die jetzt... Jo, alter, was für... Jo, wahrscheinlich... Hast du jetzt die Fackel da aufgehoben? Ne, ich hab die! Wo ist die? Ich hab die Fackel! Ne! So eine komische Keule oder so! Ne, hab ich jetzt schon wieder... Jo! Ich hab... Guck mal, da bin ich was ich hab! Neu! Haha! Das hab ich ja noch nie... Das ist auch, glaub ich, neu! Das ist noch nicht so weit! Kann er mit aufglocken? Schon wieder zu bändeln! Ja! Das eine ist jetzt aus! Boah, ist jetzt so gut! Ist ja jetzt eine Axt oder... ne Waffe? Ich hab das nicht noch nie... Weichern wir erstmal! Wir haben ziemlich viel Angriff überlegt! Ja, stimmt! Und ich würd sagen, wenn ich jetzt die erste Aufnahme, ne? So machen! Gut! Dann, bis zum nächsten Let's Play! von The Forest! Tschüss! Tschüss! Tschüss!